hey freunde willkommen zum nächsten test wir haben hier heute eine stimmungsbomben batterie von leslie hergestellt für die feuerwerksvitrine und zwar ist es eine blinker batterie eine wirklich schöne ich habe sie nur auf videos gesehen bis jetzt preislich sind wir hier bei 4 euro und eine nim von 112 gramm und da würde ich mal sagen gehen wir gleich mal raus und schauen uns die stimmungsbomben von leslie an jetzt kommt die leslie feuerwerksvitrine bombenstimmung gibt es auch zur zeit als 12 polizei das ist genau die gleiche eigentlich so das war's so 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 so